ich habe sie angehältert julian die müssen sie mit dem nächsten übernächsten zwischen töten können wir gehen keller ja aber wo sie geht jetzt drauf sie sitzen großen fluren ja ich sehe sie hat die funder gesprungen glaube ich ja ist die fluss geht raus nur noch ein gegner übrig feindliche aktivitäten wenn ich weiß dass sie da steht als schieße ich einfach durch die alternative hatte ich nicht es hat nichts mit glück zu tun das hat was mit also auch glücklich dass ich getroffen habe das gebe ich zu aber das war jetzt nicht primär glück das war mehr so scheiße was mache ich jetzt